ALERT! SYSTEMS DAMAGED! Wow! Alter, sieht das krass aus! Mausrad vorwärts! Fliege! Mausrad rückwärts! What? Um nach hinten zu sehen. We've been followed. Prepare for attack! Shit, bro! Wack, 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 wack! Oh! Uff! Alter, nicht schlecht, mein Freund! Oh, 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 fack, 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 fack! Ich krieg dich, du Sack! Ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich! AHHHHH! Captain, reinforcements incoming! We need more firepower! Was, 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 was? More firepower reinforcements? Was? Steuere die Nuklearraketen, um das feindliche Schiff zu vernichten! Alles klar. Ihr seid down, Bababi. Alter, die... Oh, oh! That was legitness! What the fuck? Moment, alles auf die Schilder, alles auf die Schilder! Oh, shit, 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 shit! Feier! Objectives, two casualties confirmed. Nee. Zwei Tote. Das glaub ich erst, wenn ich tot bin. Gibt der jetzt Schotter rum, oder was? Wir sind doch voll im Arsch, wie können wir überhaupt noch fliegen? Okay, warte, 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 wie geht das jetzt? Plündern? Ich muss den roten Punkt finden. Da ist er! Snake, snake, ich hab's gesnacken! Warum geht das nicht? Zack! Meine Herren, das ist ein geiles Spiel! Beutetruhe! Enthält möglicherweise Credits, Material und so'n Scheiß. Gut! Essen! Komm, so ein bisschen mehr geht, oder? Aber wir haben zwei Särge dabei. Könnt ihr nicht auch aufmachen? Was? Das sind unsere Waffen. Nuklear-Raketenwerfer. Ihr seid doch verrückt. Da sind unsere Light drin. Das ist der Brian. Raimundo. Das war eigentlich Brians Bruder, nur ein etwas kleiner. Die Wanda und die Jennifer. Stehen auch zufällig am gleichen Ort im Moment. Das ist, äh... Ja. Christian ist auch noch da. Da. So, wo sind wir denn hier? Momentaner Sektor. Und wir müssen nach... Taket. 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 Hausen. Wie? Ach. 121 Kilometer. Ist ja praktisch nix. Mit Leertaste mach ich diesen Ultra-Antrieb. Diesen... Wow, 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 wow. Fliegs aber hoch! Ha! Point Specialized? Hältst du das von alleine an? Gut, jetzt fliegen wir langsam aber sicher an Dock 17. Fliege langsam in das markierte Gebiet. So. Repariermote Schiffchen, Susan. Wenn du tote Mitglieder hast, denke daran sie für Bestattungsdienste abzugeben, weil es sonst anfängt zu stinken. Beerdigen. Beerdigen. Fertig, würde ich sagen, ne? Jetzt haben wir halt erstmal so ein Pimmel... Sag mal! Ich rede doch grad! Psssssss. Jetzt haben wir halt erstmal so ein Pimmelschiffchen bekommen, weil uns das repariert werden muss. Alter, fliegen die grad mit unserem weg? Ey! Suche nach Hinweisen über die verschwundene Fregatte! So eine Frau im mittleren Alter ist ja gar nicht so leicht zu finden. Also angeblich ist da hinten auch nochmal das gleiche. Nur anders. Sie haben es so gewollt. Tschüss. Bye-bye. Atombombenreaktoren. Driffst du? Driffst du? Driffst du? Oh! Du Scheiße! Oh fuck! Fuck! So, Cooldown ist vorbei. Wir haben wieder eine. Da fliegt sie, da fliegt sie. Oh fuck! Alter, die haben einen Atombom mit der Luft zerschossen! Feuer! Oh! Wir haben es gleich, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Komm schon! Ja! Was ist eigentlich, wenn wir mit vollem Krauch in so einen Planeten reindüsen? Du? Was passiert dann? Also wir kommen irgendwie echt immer näher. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh Gott! Wir sind voll dagegen! Nein! Testen wir mal folgendes Szenario. Oh oh! Ich zerlege jetzt das Rohprotonit. Passiert das jetzt auch, oder? Achso, muss jetzt jemand... Ah, das macht die Jennifer! Komm! Auch die Susan, was ja wieder auffällt. Oh! Aber warte Susan, es gibt noch mehr. Wow! Locker, locker, komm noch ein bisschen drauf, ja ja! Was ist das? Honig. Minenwerfer! Warum sagt mir niemand was? Pulsgenerator! Ja, den brauchen wir, der ist ja wichtig. Ich mache jetzt mal die schwere Plasma-Geschichte weg. Jetzt wird gebollert! We have to go back to the station now! What happened? I forgot my lunch! Baba Bitch! Baba! Alter, guck mal meine automatische Raketen! Wie geil ist das? Boom! Guck mal die Raketen, guck mal die Raketen, guck mal die Raketen! Oh, wie geil das aussieht! Alter! Bye, bye! Boom! Boom, 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 boom! Ha, 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 ha! Guck dir das an! Wow! Der trifft mich ja auch! Der trifft mich ja auch die ganze Zeit Scheiße! Tja, mit so einem Manöver stattgerechnet! Oh, wow, 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 wow! Oh, warte mal, warte mal! Die bekämpfen sich gegenseitig! It was at this moment that Nathan knew! Habe ich Kollegen gekillt? Sind das die... He fucked up! Musik Ihr seid nun sicher! Ich hab die Hälfte von meiner eigenen Flotte ausgerottet! Oh, 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 oh! Wat?! Ah, jetzt guck! Die haben's sogar angemalt! Das ist gestrichen! Guck dir mal dieses wunderschöne Schiffchen an! Guck dir mal die Atomraket an! Guck dir mal die Atomraketen an! Untertitelung des ZDF für funk, 2017